JOOFREUJT SPAASS Heute machen wir eine Nicht-Lachen-Challenge AAAAAAAA Nein, Spaß Ja, wenn ich lache, passiert nichts Ich würde sagen, wir fangen direkt an Ich habe euch wahrscheinlich eh genug abgefuckt Also, let's go So Äh, jo Einfach reinschauen, ne? Woo Okay, wir haben drei Leben Okay, Freunde Ich habe jetzt hier drei Leben Hier Und ja, let's go Können wir mal bitte kurz darüber reden Was das gerade war? AAAAAA Was steht da? Nein Ey, ich sage nichts dazu Okay, er hat sich erst mal gemacht Ah, ja, den würde ich auch direkt machen, wisst ihr? Bro, was ist das? Ich habe nicht gelacht Nicht lachen Ich werde nicht mich zu oft im Kreis gedreht haben Oh Ah Ah Send a text to Hiker Good fucking job, dickhead Good fucking job you came My gender Ich kann das alles nicht mehr. Die fucking Katze in seiner Tasche. Ich bin jetzt meine Mutter. Ja, das erste Herz ist weg. Und es fliegt in meine... Oh mein Gott, es ist weg. Ich würde danach einfach kündigen. Ich würde danach einfach kündigen. Nee, ich hätte gar keinen Bock mehr da drauf. Ich würde dann einfach kündigen. Da hätte ich wirklich keinen Bock mehr drauf. Das war nur ein Husten. Was ist das? Oh, sorry. Oh nein. Bro, was ist falsch mit diesem Typen? Was ist falsch mit dem? Was ist falsch mit dem? Was ist falsch mit dem? egal egal ja nee weißt du ich trinke auch mal so ich bin sogar so nämlich Gummibällchen aus meiner Packung sind jetzt wahrscheinlich alle ausgelaufen weil die so eine Füllung hatten vielleicht noch nicht weiter geht's wo dieser Vogel ist einfach live hier ist eine Kamera oder so einen aber wie das muss ein Handy sein was ich muss das nee ich muss das erstmal realisieren okay Brot hat ihn wütend gemacht scheiße Dinger aber guckt euch das mal an der spuckt das ganze Brot wieder aus und noch ein Herz in seinen Mund und Lohmann geht das mit der Scheiße nicht weg so jetzt ist der Zweck mach ich ab die sind ich mache es ist nach der super ja das war es eigentlich auch schon ich mache es nicht drüber reden oder müssen wir nicht drüber reden oder hallo oh mein Gott ich schluck der runter oh mein Gott Bro, was für coole News. Bro! Okay, ich bewege mein Gesicht nicht, damit ihr genau sehen könnt, wie ich gerade gucke. Bro, ich glaube, ich habe genau wie dieser Hund und dieser Typ geguckt. Das hat kein Lachen. Digger! Oh, noch eins. Was? Wie kann man denn sowas erraten? Digger, das ist krass. Das ist krass. Oh, du schläft ein. Ja, ja, genau. Das ist äpfel? Wow, geil. Biologisch. Biologisch. Sorry. Ich muss das nochmal gucken. Ja, das war's auch mit meinem letzten Leben. Ich mach's nochmal ganz groß, damit's auch jeder sieht. Hier. Uhuhu. Ja, damit ist das Video dann auch zu Ende. Ja, und ciao, ciao. Ja, und ciao.